Topfgucker TV empfiehlt. Sadejnje was Vitame, das bedeutet herzlich willkommen in meinem neuen Zuhause. Wir befinden uns am Markt, direkt hier im Zentrum von Pirna, von wunderschönen Pirna. Das, was wir anbieten, kennt ihr schon von uns, vom Restaurant Späck und Hovinek. Es ist eine original böhmische, böhmisch-tschechische Küche, wo wir leckeren Gulasch mit Knödeln, Schweinebraten, Ente, was das Herz begehrt, eben eine schöne, deftige Küche anbieten mit natürlich wundervollen, frisch gezapften Bieren. Das, was ich jetzt gerade mache, ist ganz neu bei uns, das sogenannte Probebrett, wo alle unsere Gäste eben das Beste für sich herausfinden können, egal ob das Pilz oder das Schwarzbier ist. Und ja, ich sage da noch sehr zum Wohl und die nette Dame darf das dann mal mitnehmen. Sie können natürlich immer alleine zu uns kommen, aber uns wäre es natürlich lieber, wenn Sie die ganze Familie zu uns nehmen. Wir haben reichlich Platz für auch größere Feiern, das heißt von ein bis 100 Personen wären überhaupt kein Problem. Es gibt mehrere Bereiche, das Kaminzimmer oder in dem großen Saal können wir wirklich schöne Tafeln und natürlich auch große Feiern für Sie herstellen. Ein großer Merkmal ist auch die kleinen Gäste. Ich habe für die einen kleinen Raum herrichten lassen, wo das kleine Kinderherz eben dann aufblühen kann, ein bisschen basteln und nebenbei leckere Speisen auch zu sich nehmen. Natürlich haben wir uns mit Topfgucker zusammen ein spezielles Rezept ausgesucht für euch, was wir dann mit meinem Chefkoch zusammen kochen werden. Es ist eine Spezialität, wieder begleitend zum Bier. Das ist eine Speckwurst, die wird dann mit Schwarzbier angebrutelt und dann eben mit viel Zwiebel und Knoblauch präsentiert. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de Buenas tardi. Buenas tardi. Vielen Dank.